Am 25. November ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Ich zeige euch jetzt den gefährlichsten Ort für Frauen in ganz Österreich. 90% der Gewalt gegen Frauen findet im sozialen Nahumfeld statt. Die eigenen vier Wände sind also der gefährlichste Ort für Frauen. Jede fünfte Frau hat bereits Partnerschaftsgewalt erlebt, sei es in einer vergangenen oder in einer aktuellen Beziehung. Dieses Problem ist nicht neu, doch die regierenden Parteien kehren es seit Jahren unter den Tisch. Das muss sich ändern. Es braucht mehr Geld für Frauenhäuser und Präventionsprogramme. Denn egal welche Frau, welche Ressourcen oder welche Möglichkeiten verdient einen Ort, an dem sie ohne Angst leben kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017